Hallo ihr Lieben, ihr habt im letzten Video mitbekommen, dass Meinert, um sich die Zeit der Ferien zu verkürzen oder damit ihm nicht langweilig ist, wo ist? Bei der Starraf. Die sogenannte Starraf ist die Stadtrandfreizeit. Genau, da sind die Kinder den ganzen Tag im Wald unterwegs und heute ist dort Elterntag. Dafür hat Birte wieder was gezaubert. Nämlich Kekse. Ne, Doppelkuchen ist das eigentlich. Ja, der Teig ist weich. Kuchen und eine Creme dazwischen. Ja, also sie sind nicht knusprig, wenn man reinbeißt. Es ist ein weicher Teig und den müssen wir jetzt irgendwie mit dem Fahrrad in den Wald transportieren und im Wald haben dann die Kinder was für uns vorbereitet, richtig? Ja. Hier steht mein tolles Fahrrad und an dem Fahrrad hängt eine Satteltasche, eine Fahrradtasche, die Fahrradtasche. Und da hinein will Birte jetzt den Kuchen verstauen. Mhm. Ja, ich richte das gleich noch. Ja. Aber Birte hat jetzt noch was an ihrem Fahrrad festgestellt. Zeig mal. Im Vorderreifen. Oh, wobei es geht sogar. Aber ein bisschen. Ja, es geht überhaupt nicht. Viel zu wenig Luft. Und den müssen wir jetzt noch aufpumpen. Genau. Und das hier ist also die Luftpumpe. Ja, ich richte das hier. Untertitelung des ZDF, 2020